Juuu Laden Moonbase 03 Living Dauert ein bisschen Ok Was wurde hier drauf Ich schwenke schon mal durch die Station Also hier fehlt mir noch Algen Das Algen Verwalten Inkubator Dieses Algenzeichen Hier oben Damit ich weiß wieviel Algen produziert werden Muss man hier drei haben Oder reichen zwei Und es wäre dann cool wenn ich hier anklicke Hier oben Die Icons Ich komme direkt zum Inkubator Und das Fenster schließt sich nicht wieder So So Was war denn noch Oder auch nicht Ach die Steuerung Da müssen wir nochmal was machen Das Wenn man hier drauf klickt Dass man automatisch hier hinkommt Oh Oh Na gut Main Station ist ein bisschen wüst Können ruf Was machen die denn hier Wasseraufbereitung Keine Einerwartung Keine Einerwartung Ach Keine Einerwartung Ach War denn diesen Zeitintervall noch grün Ach Und dann wird er trotzdem hier Unzufrieden Irgendwann Schlecht 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 Eigentlich könnte man dann die kompletten Leute entlassen Äh Und sich neue holen Mal gucken ob es fehlt Hockwart muss durchhalten Oder geht das auch Entlass Okay noch mehr auf der Station Eher verwalten Warte Bewerber Wollen wir mal gucken Einstellen Äh Kann Zwischichten gehen Ja Wasserleben gefällt mir Einstellen Bauhof Nehmen wir mal nur einen Bauhof nehmen wir mal nur einen Jaja Er hatte zwei Positionen Oh Bewerber Technik Ich dachte immer Biologen müssen Theoretisch wissen Okay Einstellen Ja Mach hier gleich mal eine Doppelschicht Und Ähm Ja Theoretisch wissen Einstellen Gut Läuft Ja Hier überall mal reparieren klicken Das wäre natürlich toll wenn das Besser gemacht würde Also wie gesagt hier Und dann gleich dahin Beziehungsweise hier so ein Icon hinbauen Schattion Schattionsteiler aber noch kein Naja. Bewerber. Ein sohn Dude. Und der macht doppelschichten. Besser Aufbereitung dasselbe. Technik. Mal zuheilen. Mal Stemmer nach hinein. Und der macht auch gleich Doppelschicht. So haben wir alles belegt. Weiter Aufbereitung. Algen zu Lebensmittel. Und. Jo. Ach die Jungs fehlen. Bewerber. Biologe. Einstellen. Guten Tag. Und. Gewerber. Einstellen. Und der kann auch gleich noch mein Assistent werden. Glaub ich. Oder auch nicht. Ich stelle mal den ein. Äh. Er ist dann auch. Hier. Und dann machen wir den auch. Da hin. So. Er wird glaube ich schnell unzufrieden werden. Und dann. Dann hier immer mal so eine Forschung machen. Zack. Ah. Muss ich hier irgendwo hin. Ah. Nee. Ich habe euch einen anderen Auftrag angewählt. Was habe ich denn überhaupt aufgenommen. Was habe ich denn überhaupt aufgenommen. Ja. Pfff. Ist die nur da. Ja. Verweilen. Jedem auch mal weg das Fenster. Warum auch immer. Äh. Ja. Die Jungs. Die können aber was Sinnvolles machen. Da hinten fehlt so ein Power-Modul quasi. Hm. Chassis. Zack. Geil. Solarzelle oben drauf. Hm. 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 Ja. Und vielleicht noch einen Inkubator. Dann da hin. Ich drücke mal wieder zwei. Hm. Hm. Meine Bewohner. Ja. Auch gleich wurde alle schlecht. Ja. Und was mache ich verkehrt. Und. Ja. Wie gesagt. Ich wollte hier eigentlich eine Augenstation bauen. Und. Ist schon cool. Hm. Hm. Die haben alles. Hm. 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 so 15 warum steht es nicht hier ja fast vor Ort jetzt sind es alle gut ok wo wird die baut da jetzt da kann man direkt hinklicken da müsste ich noch die was da ist in den Rhein ja ja du wirst schon rot blinkende Zeichen ja ach so rein und raus der Minz fehlgeschlagen er ist hungrig er hat er auch hier essen cool hinschreiben cool Stationsteil verwalten aufwalten Kuh hat keiner was aufwalten Da Dann Jo jippie au Men a da tag z